So weiter geht's mit den Basics. In diesem Basic Video für hoffentlich komplette Anfänger schauen wir uns Texturen und Materialien an. Wir versuchen da wirklich von null auf zu starten und das hier soll uns dabei helfen. Einfach, dass wir was haben, wo wir Material drauf geben können. Und ich bin jetzt hier momentan noch in Cycles. Ich werde auf Eevee umschalten und mache ich mal. Und jetzt geht schon los. So gehen wir mal auf Material Ansicht. Die reicht uns eigentlich und wir sehen das Glas sieht nicht gut aus. Das liegt aber tatsächlich an der Einstellung in Blender. Bei verschiedenen Gegebenheiten hat sich das schon mal gezeigt. Screenspace Refraction müssen eingeschaltet sein und dann muss Refraction eingeschaltet sein. Und jetzt sieht das so aus wie es hoffentlich gedacht war. Eine Autofarbe brauchen wir noch und da fangen wir vielleicht mal gleich mit dem einfachsten an. Vorher solltet ihr aber noch das Add-on NodeWrangler installiert haben. Hier oben auf File gehen, Preferences und dann bei den Add-ons eingeben Wrangler. Und da ist es auch schon. Das braucht ihr. Ich zeige euch gleich wofür. So, dann gehen wir hier mal in Shading. Hier haben wir die Material Ansicht eingestellt. Immer aufpassen, das kann unterschiedlich sein, wenn ihr diese Arbeitsumgebungen wechselt. Und hier können wir jetzt Material vergeben. Ja, fangen wir mal unten mit der Plane an vielleicht und sagen da neues Material. Wir können hier New klicken. Wir können das auch wieder weg machen. Wir können aber auch hier New klicken. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach. Das hier ist im Property Bereich, also im Eigenschaften Fenster ein Material Bereich hier. Und dort sehen wir quasi das Best-of vom Material. Ich kann hier wirklich sagen, wir haben hier bei diesem Node-System hier quasi den Ausgang, also da muss das Material für die Oberfläche reingehen. Und was steckt da direkt dran? Unser Principled BSDF, unser Node, ja, ich weiß nicht, wie man da auf Deutsch sagt zu diesen Dingern hier, das ist ein Node, unser Lieblings-Node. Und die ganzen Optionen, die jetzt hier drauf sind, die sind hier auch zu sehen. Alles, was danach kommt, sehen wir hier nicht mehr wirklich gut. Deswegen, das kann man nehmen, wenn man hier einfach bloß sagt, ich will eine graue Farbe von mir aus und die soll vielleicht metallisch sein und stark reflektieren, dann kann ich das auf der Seite machen. Kommt ab und zu vor. Ansonsten die Sachen, die ein bisschen mehr nachher ausmachen, dann in dem Bereich. Der Bereich ist ganz einfach einzustellen. Ich habe jetzt hier oben ein 3D-Viewport in diesem Shading-Bereich und kann jetzt hier statt dem 3D-Viewport auch sagen Shader Editor und dann habe ich hier quasi dasselbe wie hier unten. Hier ist noch das Seitenfenster ausgeklappt, kann ich mit der Taste N wie Nordpol wieder einklappen. So, mache ich hier wieder ein Viewport auf. Und wichtig ist halt immer zu verstehen, diese Workspaces hier oben, so werden die genannt, also diese Arbeitsbereiche, sind einfach nur eine Ansammlung von verschiedenen Fensterbereichen. Also wenn ich jetzt hier auf Layout gehe, dann ist das immer der Bereich, in dem wir im Blender normalerweise starten. Wenn ich dann auf Animation gehe, dann gibt es hier andere voreingestellte Fenster. Okay, und bei Shading sieht das halt einfach so aus. Dann habe ich hier meinen Bereich, wo ich Dateien öffnen kann, zum Beispiel Texturen. Die kann ich dann einfach reinziehen, ganz praktisch. Und hier kann ich mir hier Texturen anschauen. Das ist der Image Editor. Manchmal ist es auch ganz praktisch, hier auf UV zu wechseln. Und dann sehe ich gleich, wie das Ganze abgewickelt aussehen würde. Hier bei der Fläche hier ist das natürlich nicht so dramatisch. Aber wenn wir jetzt hier mal vom Auto das nehmen, dann alles auswählen. Und dann sehen wir jetzt hier, wenn ich das mal vergrößer, sehen wir jetzt hier das abgewickelte Auto. Und wir könnten dort eine Textur drauf geben. Aber gut. So. Schauen wir hier mal auf den Boden. Also, wir sehen jetzt hier unseren Boden. Wir sehen hier unten das Material dazu. Und machen es ein bisschen größer. Der Principled BSDF. Das ist so der ultimative Shader, wo ihr die meisten Sachen ganz einfach eingeben könnt. Ihr müsst euch vorstellen, früher war das Ganze separiert. Da hat man das separat zusammenbauen müssen. Da gab es dann halt einen Shader für eine Farbe, für eine Diffuse. Dann einen für Reflexion. Da hat man dann die Roughness gehabt und alles. Und das wurde irgendwann alles zusammengeschustert zu einem einzigen Shader. Und jetzt können wir das hier einfach einstellen, was wir wollen. Ich würde mal hier die Metallic runternehmen. Und wir haben hier einmal die Base Color, also die Basisfarbe. Können wir hier sagen, was für eine Farbe das sein soll. Subsurface, diese Sachen werden wir jetzt auslassen. Das ist, wenn das Ganze ein bisschen in die Tiefe geht, wie bei Wax zum Beispiel, was so teildurchlässig ist, beziehungsweise dann von innen reflektiert wird. Aber ich selbst nutze es eigentlich nie und denke auch, dass es hier zu viel für das Tutorial ist. Als nächstes haben wir den Metallic. Alles, was zwischen 0 und 1 ist, ist Spielerei. Entweder ist es Metallic oder nicht. Okay, dann können wir hier sagen, Spekularlicht, wie viel. Das ist allerdings ein zusätzlicher Wert. Selbst wenn ihr auf 0 seid, ist da noch ein bisschen was da. Die Rauheit, das heißt, wie glatt soll das sein oder wie rau. 0 ist halt quasi komplett spiegelig und da ist es dann einfach nur mehr stumpf. Okay, machen wir so vielleicht mal. An dieses Drofik lassen wir aus. Schienen auch, schienen Tint. Was noch interessant wird, wird der Clearcoat. Das heißt, man könnte sagen, man hat eine leicht reflektierende Oberfläche und dann hat man hier noch so einen Überzug drauf. Und der kann dann zum Beispiel ein bisschen rauer oder glatter sein. Dann ergibt das so einen leicht milchigen Glanz oftmals. Und dann gibt es noch IOA. IOA ist dann eben, wenn das Ganze durchsichtig ist. Wie machen wir das am besten? Indem wir die Transmission, also das, was es durchscheint quasi, nach oben setzen. Müsst man die Metallic wahrscheinlich ausschalten dafür. Okay, dann hier bei den Materialeinstellungen noch Screen Space Reflection einschalten. Und jetzt sollten wir durchsehen können. Ja. Und hier die Farbe müsste man dann eben noch raufsetzen, natürlich, damit es eher durchsichtig wird. Und ja, das ist die Transmission, also die Durchsichtigkeit. Und so flach, wie das Ding hier aussieht, müsste man dann den IOA-Index, also den Brechungsindex, ein bisschen runtersetzen. Und dann, umso mehr wir auf 1 kommen, umso mehr wird das dann quasi 1 zu 1. So, hier sieht es bei 1 tatsächlich ein bisschen komisch aus. Muss einen Ticken wieder rauf. Okay, das ist das. So, Transmission wieder runter. IOA-Wert ist dann egal. Und man kann natürlich noch sagen, wie rau diese Durchlässigkeit sein soll. Das heißt, wenn wir die ein bisschen raufsetzen, dann wird das halt so wie so ein Milchglas. So, okay, kann man auch ziemlich coole Effekte damit machen. So, dann haben wir noch die Leuchtkraft. Also das Ding kann aktiv leuchten. Das ist hier die Stärke. Davon muss ich hier aber eine Farbe eingeben und natürlich kein Schwarz. Schwarz heißt einfach, dass der Emission-Bereich ausgeschalten ist. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Alpha zu machen. Das schauen wir uns nachher noch an. Normals schauen wir sich auch noch alles an. Okay, dann fangen wir hier mal jetzt mit der Ground Plane an. Also mit der Fläche, wo das Auto draufsteht. Und wollen da ein Material haben. Wie gesagt, wir können die Farbe natürlich einstellen. Aber das sieht da jetzt ein bisschen langweilig aus. Deswegen werden wir dort eine Textur benutzen. Zu Texturen hatte ich schon mal diverse Videos gemacht. Die werde ich euch dann an der Stelle einfach einblenden und in die Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Und was wir jetzt hier als erst brauchen, das Node-Wang-Light-On. Wir können jetzt hier STRG und T drücken. T wie Textur. Und dann bekommen wir hier ein fertiges Setup für eine Textur. So, hier ist die Textur, also ein Bild. Da werden wir eins öffnen. Jetzt kommen wir in das Browser-Fenster rein, wo wir unsere Dateien durchwühlen können. Und ich habe hier einen Ground-Textur-Ordner. Also für Böden quasi. Und ich nehme jetzt hier mal Beton. Beton. Was haben wir für Beton? Beton-Textur. Die ist ganz gut. Jetzt habe ich hier eine Diffuser. Also nur die Farbe quasi. Und die Textur ist seamless, also nahtlos, also aneinanderreibbar. Das heißt, das Ende sieht so aus, wie hier der Anfang. Dadurch können die zusammengesetzt werden. Und geben wir die mal rein. Jetzt ist die hier drin. Dann gibt es das Mapping-Node. Das Mapping-Node sagt einfach, um wie viel soll die Textur zum Beispiel zur Seite, nach oben, unten. Wir können die rotieren. Ich kann nicht immer rotieren. Und ihr seht oben, wie die sich bewegt. Und skalieren können wir auch. Also das heißt, größer, kleiner machen. Recht witziger Irrtum dabei ist immer, dass wir hier nicht wirklich die Textur drehen, sondern die Ursprungs-Koordinaten. Das heißt, hier sagen wir für Blender, wir haben ein Viereck jetzt hier im einfachsten Fall, die Fläche. Und dafür gibt es jetzt hier Koordinaten. Ich gehe hier mal im Edit-Modus rein. Und dann sehen wir hier die äußeren Ecken von unserer Fläche. Und diese Ecken haben jeweils Koordinaten. In dem Fall ist Textur-Koordinaten. Und zweidimensionale Texturen, also diese Bilder, und dreidimensionale Objekte, das kann manchmal schwierig werden. Hier für die Fläche ist es jetzt nicht schwer, weil die Fläche genauso flach ist wie die Textur. So, und hier sind die Texture-Koordinaten, also die Textur-Koordinaten, UV, das heißt, das, was wir hier sehen, das ist ja der UV-Editor. Hier, hier UV-Editor. Und so wie hier diese Geometrie ist, so wird es hier quasi rausgegeben über den UV-Slot. Der geht nachher ins Mapping, dass ich dann quasi diese Koordinaten hier nochmal drehen kann. Und wenn ich jetzt möchte, dass dieses Bild hier öfter wiederholt wird auf der Fläche, dann würde ich normalerweise sagen, ich mache das Bild kleiner. Ja, richtig, richtig, richtig. Wenn das Bild kleiner wird, dann, weil wir hier das Mapping-Node haben, das Mapping macht nicht das Bild kleiner, sondern es kommt ja von hier. Hier ist ja der Eingang. Und das heißt, wir machen die UV-Koordinaten, die verändern wir. Und um das Bild kleiner zu machen, müssen wir die UV-Koordinaten größer machen. Meine Güte. So, das heißt, hier bei der Skalierung können wir hier einmal runterziehen gedrückt und geben dann zum Beispiel 3 ein. Dann machen wir die UV-Koordinaten dreifach größer und damit wird das Bild in Relation dreifach kleiner. Ich hoffe, das ist nicht so kompliziert, aber man kann da auch rumprobieren, dann wird man es auch feststellen. Nur, dass ihr mal wisst, woher das kommt. So, okay, das ist mal jetzt ein bisschen besser hier mit dem Boden. Dann, als nächstes, wir schicken hier eine Farbe rein. Die Farbe ist hier über den Colorspace, also dem Farbbereich, sRGB. Verschiedene Sachen gibt es hier zum Einstellen. Ich überlege bloß gerade, was für euch sinnvoll ist. Eine wichtige, witzige Sache auch, hier ist auf Repeat gestellt. Das heißt, die Textur, die eine Textur, die wir haben, die wird hier jetzt natürlich wiederholt, weil wir das so eingestellt haben. Ursprünglich ist es aber nur eine. Und wo die losgeht, können wir uns hier anschauen. Und zwar, wenn wir von dieser Wiederholung Repeat auf Clip stellen, dann sehen wir, das ist eigentlich die Ursprungstextur und die wird dann hier immer wieder aneinander gereiht. Und deswegen muss das bei der Textur hier immer auf Repeat stehen stehen. Okay, aber es gibt auch Sachen, wo man Clip haben möchte. Deswegen das da mal gezeigt. So, die Color geht dann hier rein und gibt dann einen bestimmten Farbbereich wieder. Bei Farben ist nicht alles linear, bei anderen Sachen schon. Wenn es linear sein soll, zum Beispiel bei Normal Maps, dann muss man hier umstellen, den Farbbereich auf Non-Color. Das ist zum Beispiel auch wichtig bei Roughness Maps. Und ich habe hier so etwas ähnliches. Ich möchte dort jetzt eine Textur einstecken, bei der Roughness. Die Roughness hat einen Eingangsbereich, nicht von Rot, Grün, Schwarz oder irgendwas, sondern von 0 bis 1. Texturbereiche hier sind an und für sich auch, wenn wir sie schwarz-weiß betrachten, von 0 bis 1. Umso heller, umso höher ist der Wert. Umso dunkler, umso geringer ist der Wert. Schwarz ist 0, Weiß ist 1. So, jetzt möchte ich hier eine Kopie, wollte ich sagen, eine Textur haben, hier. Und ich kann die hier einfach kopieren. Und kann mir dort dann eine neue Textur einstellen. Was ich aber mache und was ich euch auch empfehlen kann, ist, ihr habt das hier und sagt nicht Shift-D, sondern ihr sagt SDRG, Shift und D. Und dann ist das Ding nämlich hier immer noch angesteckt. Weil wenn ich jetzt hier eine Roughness-Map vom Beton lade, mache ich gerade mal Open. Dann gehe ich hier auf meinen letzten Ordner, schaue Beton 1. Beton 1 habe ich hier eine Spekular-App, die nehme ich mal. Und die Spekular-Map, die passt natürlich genau auf die andere Textur obendrauf. Und dafür brauche ich das gleiche Mapping. So, warte mal. Beton Diffuse, das ist die falsche. Beton, Beton Diffuse, Open. Gerade nochmal schauen. Beton. Beton, Beton. Da ist die Beton Spekular. Das ist die richtige. So, natürlich auch wichtig, dass man die richtige nimmt. Und die wollen natürlich das gleiche Mapping haben, die Texturen, damit das alles übereinander übereinstimmt. Deswegen das von hier aus dann immer verkabeln. So, schauen wir sich da mal, schauen wir sich da einen Spot und geben da mal die Color in die Roughness rein. So, kurz warten. Und wir sehen, das wird wahrscheinlich funktionieren. Wir können jetzt hier, weil wir das Node-Wrangle-Add-On aktiviert haben, STRG-Shift gedrückt halten und der linken Maustaste das Node anwählen. Und können hier direkt auf die Textur drauf sehen. Das ist unheimlich praktisch. Und das sieht man nicht schlecht aus. Was wir jetzt machen, ist hier den S-RGB umstellen auf Non-Color. Und dann sieht das gleich ein bisschen anders aus. Und so ist es auch richtig. Ja, zumindest für das, was wir wollen. Wir wollen ja Eigenschaften vergeben und keine optischen Farben. Da eben auf Non-Color stellen, ganz wichtig. Gerade diese Bereiche zwischen 0 und 1. So, dann können wir hier wieder zurückgehen, indem wir auf das Principled BSDF Node mit Shift-SDR geht. Drücken und Maustaste. Okay, das ist ein bisschen Hochglanz. Aber so ist halt die Map. Es ist jetzt so, die schwarzen Bereiche sind glänzend bei der Roughness. Und wenn wir hier nochmal schauen, schwarz ist ja 0. Das ist Hochglanz. Und das ist komplett rau. So, das heißt, wenn ich das da einstecke, das war der falsche, und da drauf schaue, dann sehe ich halt, hier ist nicht wirklich viel weiß. Also nicht so richtig weiß. Jetzt könnte ich diese Werte anheben. Was man dafür vielleicht am Anfang ganz einfach gebrauchen könnte, wäre eine Color RGB Curves. Ist nicht ganz das Richtige dafür, aber vielleicht heute ein bisschen einfacher zum Darstellen. Und ich kann hier reinklicken und kann das höher ziehen. So, dann muss ich da nochmal hinklicken mit Shift-SDRG und Maustaste. und kann das hier quasi aufhellen. Bis mir das dann passt. So, schauen wir da rein. Und jetzt sehen wir, jetzt passt das hier mit den... Jetzt passt das hier besser zusammen. Ja. Muss man mögen, aber es geht ja jetzt ums Prinzip, ne? So. Okay, dann haben wir das quasi mal ziemlich gut gemacht. Als nächstes eine Normal Map. Vielleicht nochmal dazu. Ich bediene mich hier immer verschiedener Texturen. Ihr könnt diverse Texturen im Internet bekommen. Der aktuelle goldene Weg ist dafür wahrscheinlich Poly Haven. Das ist jetzt neu. Vorher gab es dann Texture Haven, HDI Haven. Denn das haben sie jetzt alles unter einem Heaven zusammen auf Poly Haven gemacht. Das waren zu viel Heaven. Und hier kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich möchte eine Textur haben. Und klick da drauf und habe jetzt hier quasi verschiedene Sachen. Nehmen wir da vielleicht mal was. Komm, wir sind gerade dabei. Nehmen wir irgendwas, was für ein... Haben wir hier Road oder irgendwas oder Ground? Glauben wir schon Terrain vielleicht? Äh, Nature Rock Road, Road. Ja, nehmen wir das mal. Nehmen wir das hier mal. So. Dann sehen wir das hier, wie das aussieht. Okay. Und hier mal die Download-Möglichkeiten. Ich nehme hier mal 2K. Und das können wir jetzt hier einfach runterladen. Total cool. Okay, dann werde ich das gerade mal entpacken. So, hier habe ich das dann. Einmal die Asphalt Diffuse Color, also die Farbe. Dann eine Displacement Map. Eine Normal Map und eine Roughness Map. Die Normal Map ist sogar OpenXR. Das hat ziemlich krasse Qualität. Also das ist eine ziemlich gute Seite. Ja, Polyheaven. Ich werde euch das nochmal verlinken. Hier bekommt ihr auch HDE, Maps und Modelle. Wobei ich glaube, Modelle sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Avocado, sehr schön. Ja, okay. Gut, zurück in Blender. Nehmen wir die Texturen vielleicht mal. Und zwar können wir hier mal schauen, ob wir über den Browser weiterkommen. Und zwar habe ich das bei mir jetzt in Downloads. Mal schauen. Downloads. Und dann das Ganze einmal hier filtern. Ich hätte es ganz gerne nach Zeit. Modified Date. Und da haben wir Asphalt. Und hier habe ich jetzt die Texturen. So, dann nehmen wir das hier mal weg. Löschen das einfach mit X. Nehmen wir das auch weg. Und ziehen uns jetzt hier einmal. Was ist das? Das ist die Roughness. Rough. Rough, rough. Und dann hier einmal die diffuse Color. Diffuse Color anklicken. Ctrl T für Textur. Dann haben wir wieder unsere Mapping-Sachen. Und können hier die Color einfach einstecken. Und wir werden hier wieder das Ganze skalieren. Na, heute passen die Affengriffe nicht. Auf 3. Und die Roughness soll natürlich den gleichen Vektor kriegen. Die können wir dann aber wieder auf Non-Color setzen. Und die dann in die Roughness reingeben. Und hier muss ich gerade mal schauen. Hier ist ein Clear Code drauf. Das ist natürlich blöd. Und jetzt werden wir es gleich sehen. In ganzer Pracht. Okay. Und dann noch eine Normal Map. Und da kommen wir gleich zu etwas Neuem wieder. Wenn wir uns hier mal die Normal Map reinziehen. Also zum einen möchte ich hier eine Verdrahtung machen. Ich kann jetzt hier Shift gedrückt halten. Rechte Maustaste gedrückt halten. Und hier einmal lang schneiden. Und bekomme jetzt hier einen Punkt, den ich mit G wie Gustav bewegen kann. Und kann ihn dann anklicken und kann das hier reinziehen. Ich habe dann hier quasi ein sauberes Aussehen. Ich habe jetzt hier meine Normal Map. Und hier würde ich jetzt Vektor Normal Map hinzufügen. Das gehört dann da in die Color rein. Und dann habe ich hier die Normal und das gehört in die Normal rein. Deswegen steht es auch da. Und dann sollte man es hier eine schöne Straße haben. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Sehr schön. Okay. Das ist das Ding mit den Texturen. Und ich kann die Texturen quasi überall verwenden. Bei Emission zum Beispiel. Wenn man hier irgendwo, ich sage jetzt mal, irgendwelche Lichtflecken am Boden hätte, machen wollen würde. Das kommt in manchen Modellen vor, dass man dann auch eine Mission Map hat. Die kann man dann eben dort einstepseln. Einmal für die Color und einmal für die Stärke. Und Alpha schauen wir sich auch noch an. Ja, gut. Wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Ich habe eigentlich viel mehr vorgehabt. Aber Texturen ist natürlich wichtig, dass ihr das wisst. Schauen wir mal hier mal die Farbe von dem Auto. Das ist wahrscheinlich das Einfachste für ein Autolack. Und dann nehmen wir hier, ja gut, das ist ein Taxi. Also wahrscheinlich gelb. So. Sieht ein bisschen stumpf aus. Deswegen hier mal die Spekular rauf. Und die Roughness, die kann auch nur für sich unten bleiben. Kann man ein bisschen was drauf machen für so ein bisschen leichten Staub. Und dann machen wir da in Clearcoat, also eine zweite Glanzschicht drauf. Und da die Roughness auch ziemlich weit unten lassen. Das macht einiges aus. Wenn wir da mal reinschauen. Sieht das halt schon nicht schlecht aus. So schnell kann man ein Autolack fertig haben. Ist halt kein Metallic Lack. Metallic Lack wäre nochmal ein bisschen schwerer. Gibt es aber auch Möglichkeiten. Okay. Was wollte ich euch noch zeigen? Bei Modellen kommt es oft vor, dass man so Bezeichnungen haben will. Und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar möchte ich hier in der Mitte ein Logo haben. Und vielleicht machen wir da gleich einen zusätzlichen Schwerpunkt draus, wie wir sowas hinkriegen. Ich möchte hier ein Logo drauf haben. Und dann machen wir da mal eine Plane einfach hin. Das wäre jetzt vielleicht so eine Möglichkeit, wie man sowas macht. Ist jetzt natürlich nicht. Ich will euch das Problem zeigen. Und dann machen wir da eine Textur rein. Die kann ich einfach aus meinem Windows Dateimanager oder was auch immer einfach reinziehen in Blender. Und habe das dann hier. Und so kann man nicht arbeiten. Eine Möglichkeit gibt es. Und zwar, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Versteht mich nicht falsch. Und zwar kann ich das Ganze mehrfach unter Teilen. Und zwar könnte ich das einmal natürlich manuell, indem ich hier ganz einfach Loop Cut setze. Machen wir hier ein paar. So, jetzt habe ich das mal gleichmäßig. Und jetzt kann ich das noch weiter unterteilen. Oder ich sage ganz einfach, ich mache hier ein Modifier drauf. Hier in dem Property und dann bei den Modifiern machen wir da einen Subdivision drauf. Den setzen wir auf Simple, damit die Kanten nicht abgerundet werden. Und klein ein paar Mal rauf hier. So. Und jetzt projiziere ich den auf das Auto drauf. Und zwar brauchen wir dafür einen Shrinkwrap Modifier. Und das Target, also das Ziel, auf das drauf projiziert sein werden soll, ist das Auto. Und dann macht er das. Wir müssen hier nur einen leichten Offset eingeben. Also der Abstand, weil genau auf 0 seht ihr eh, wie das dann immer aussieht. So, also leicht raus. Und dann pickt das wie ein Aufkleber auf dem Auto drauf. Es ist nicht ganz rund, das Logo. Hier könnte ich eigentlich Ctrl T wieder machen, um mir das Mapping reinzuholen. Und dann schauen, ob ich hier eines skalieren könnte. Das vielleicht nicht so. So, das wäre dann X. Und zieht das da so ein bisschen breiter. Ich kann es dann hier jetzt auch noch ein bisschen wieder rüber schieben. Und dann sieht das ein bisschen besser aus. Und dafür ist das Mapping Node ziemlich praktisch. So, jetzt ist es so, dass diese Textur einen Alpha Kanal drin hat. Deswegen benenne ich die dann immer so mit Alpha. Das heißt, wir können hier mal wieder draufklicken mit Shift und Strg und der Maustaste, weil wir das Node-Ring-Lade-On aktiviert haben. Und dann sehen wir hier den Farbbereich, Color. Wir können nochmal draufklicken und dann sehen wir den Alpha-Bereich. So, und das ist ziemlich cool. Wir können jetzt nämlich diesen Alpha-Bereich nutzen und können den hier in den Alpha vom Principled BSDF reinmachen. Und dann sehen wir erstmal nichts. Und warum sehen wir nichts? Weil das Material von Haus aus den Alpha zwar unterstützt, aber nicht aktiviert hat. Da könnte man hier wieder reingehen in das Property-Fenster bei den Materialien. Ich mache das da normalerweise. Und können dann den Blend-Mode, müsste das sein, auf Alpha-Clip reicht da umstellen. Es gibt hier Alpha-Clip und Alpha-Hashed zum Beispiel. Aber machen wir es andersrum. Alpha-Clip kann durchsichtig, also das hier durchsichtig oder nicht durchsichtig. Aber es gibt keine Zwischenübergänge dazwischen. Ja, also könnte man hier direkt zeigen eigentlich. Guck mal hier, das wird nicht halb durchsichtig. Es wird dann einfach auf einmal komplett durchsichtig. Und wenn ich das Ding aber auf Alpha-Hashed stelle, was natürlich mehr ein bisschen krisseliger ist und Rechenperformance braucht, dann kann ich das hier wirklich stufenlos machen. Das ist aber bei einem einfachen, transparenten Textur, wo ich Bereiche habe, die da sind oder nicht da sind, da reicht Alpha-Clip natürlich völlig aus, sieht besser aus und passt einfach. So, Alpha da wieder in Alpha. Und damit ist das Problem gelöst quasi. Könnten wir noch vielleicht das Ding ein bisschen auf Hochglanz. Können wir hier die Roughness runternehmen. Und dann wieder den Clear-Code rauf. Und dann sieht das Ganze aus, wie wenn es zum Auto direkt gehört. Okay, das ist eine Möglichkeit. Na, ziemlich cool. Deswegen löschen wir das. Und gehen hier einfach mal ins Auto rein und machen eine andere Möglichkeit. Mal schauen, ob das hier gut funktioniert. Und zwar nehme ich mir hier einfach ein paar Flächen. Und ich integriere das jetzt direkt ins Auto. Also, gehen wir hier mal auf die Solid-Ansicht. Sehen wir es ein bisschen besser. Das Ding ist ausgewählt. Nehmen wir das und hier mit Control die Zwischenräume dazwischen das so auswählen. Zack. Und dann mit C können wir hier einfach den Rest dazu nehmen. Wir haben jetzt hier eine aktive Auswahl an Flächen. Und da geben wir jetzt einfach ein anderes Material drauf. Das heißt, hier im Materialfenster sage ich hier Plus. Dann nehme ich jetzt aber kein komplett neues Material, sondern ich wähle hier wieder das Car Paint Yellow aus. Also diese eine Farbe, die wir haben. Kann ich hier einfach raussuchen. Da ist sie. Und habe jetzt hier meine Ausgangsbasis. Ich will natürlich, dass dieser Bereich trotzdem gelb bleibt. So, dass dieser Bereich diese Farbe bekommt, muss ich jetzt hier auf Assign klicken, um diese Flächenauswahl auf diesen Material Slot anzuwenden. So, ist erledigt. Und wenn ich jetzt hier bei diesem Material Slot, bei dieser Farbe etwas verändere, wird das natürlich auch beim Oberen verändert. Das heißt jetzt zum Beispiel die Farbe. ECHO, jetzt so. So, okay. Sieht auch nicht schlecht aus, die Farbe. So, da wieder reingehen. Das ist das Problem, deswegen hier wieder auf die andere Farbe zurückgehen. Und jetzt sage ich, dieser Material Slot, hier ist diese Farbe drin. Ich mache die hier, indem ich auf 3 drücke. Also ich sehe, das Ding hat 3 Benutzer. Dieses Material hat 3 Benutzer. Wenn ich da drauf klicke, wird das Ding einzigartig gemacht. Okay, jetzt habe ich in der Mitte eine Farbe, die genauso aussieht wie die anderen Farben, die ich aber verändern kann. Und jetzt kann ich mir hier einfach wieder mein Logo reinziehen. Nicht vergessen, das, was ich hier erarbeite, ist das, was hier angewählt ist. Also das will ich nicht machen, sondern das hier. Okay. Dann setze ich die, ja, das wird jetzt ein bisschen mehr tricky hier. Muss ich schauen. Also, wir haben hier einmal unsere Farbe. Soweit, so gut. Wir wollen jetzt in bestimmten Bereichen, dort wo nämlich die Textur zu sehen ist, dort wollen wir die Farbe von der Textur haben. Zuerst mal sehen wir, die Abwicklung passt nicht. Deswegen brauchen wir hier erstmal unsere Koordinaten wieder. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit. Schreibt es mir nachher in die Kommentare, dann schaue ich nochmal, ob ich da ein Zwischendingen dafür finde. Also, wir müssen hier erstmal schauen, wie die Koordinaten sind. Das heißt, ich gehe da wieder rein. Ich habe diesen Bereich immer noch ausgewählt, diese Flächen. Deswegen sollte ich das dann hier sehen können. So, und jetzt nehmen wir hier mal kurz mal rein. Alles auswählen. Ich kann das jetzt hier verschieben. Und wir werden das hier in Echtzeit sehen. Wenn ich das hier verschiebe, dann sehen wir das. War das ein bisschen größer, dass ihr das vernünftig seht. Jetzt rotiere ich das mal. Taste R um 90 Grad. Und ich sehe, die Schrift ist andersrum. Deswegen Minus. Und dann skaliere ich das hier ein bisschen. Und mache das hier jetzt alles nur rein über die Koordinaten. So, bewegen und immer oben auf das Auto schauen. So passt das. Bin ich mal fertig, gehe ich wieder raus aus dem Edit-Modus. So, jetzt muss ich ein bisschen in zwei Richtungen denken. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Sachen. Einmal die Farbe. Das Schwarze soll ja wieder diese Farbe werden. Und dann habe ich einmal die Textur. Das muss ich jetzt miteinander vereinen. Beziehungsweise der Shader selbst stört mich ja nicht. Ich muss nur die Farbe verändern. Einmal das Gelb, was ich normal habe. Und dann die Textur. So, das heißt, ich werde jetzt hier in die Base Color einmal die Textur reingeben und einmal die Farbe. So, ist mir ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber ich hoffe, ihr kommt mit. Ich nehme dafür Color Mix RGB. Ich kann jetzt hier über diese Farbe mit der Maus schweben. Ich schwebe. Ich sage STLG und C. Also kopieren. Dann hier einfügen mit STLG V. Jetzt habe ich hier meine Farbe und einmal die Textur. Jetzt habe ich hier in diesem Mix Note einmal die Textur und einmal die Farbe. Das will ich miteinander mischen. Und dafür brauche ich eine Schwarz-Weiß-Maske im Optimalfall. Und ich habe hier eine Schwarz-Weiß-Maske. Das Alpha-Ding. Überall, wo hier weiß ist, will ich die Farbtextur haben. Und überall, wo schwarz ist, will ich die eigentliche Farbe haben. Und das passt ganz gut. Ich kann diese Alpha, also diesen Ausgang hier einfach in den Faktor reingeben. Und jetzt wird er das so machen. Überall, wo schwarz ist, ist 0. Und es ist immer so, dass der erste Eingang ist der 0er-Bereich und der zweite ist der 1er-Bereich. Das heißt, alles, was jetzt hier 0 ist, also schwarz, wird gelb sein. Alles, was 1 ist, also weiß, wird von der Textur angesteuert. Und diesen Ausgang kann ich jetzt ganz einfach in die Farbe reinschieben. Und jetzt sollte ich ein gutes Ergebnis haben. Fertig. Fertig. Und das ist jetzt, das ist jetzt wirklich obendrauf auf dem Lack. Das Ding ist jetzt komplett integriert. Okay. Das ist der Witz dabei. Die Variante, die wir vorhatten mit der Fläche, die wir drauf projizieren, über einen Shrink-Wrap-Modifier, der kann manchmal bei Cycles zum Beispiel leichte Schatten erzeugen, weil das Ding ja ganz leicht drüber schwebt. Aber das hier ist komplett integriert. Und das ist der Vorteil dabei. So, kriegen wir das hier nochmal ein bisschen, das ist ein bisschen, ne? Müssen wir ein bisschen stretchen hier. Ähm, Skalierung auf Y. Das, so, Location, hier, kriegen wir das hin, ne? Kriegen wir nicht so gut hin. Das wäre jetzt der Bereich, wo ich hier wirklich von Repeat auf Clip gehe. Und jetzt passt das. Kann ich sogar noch ein bisschen weiter machen, dass es perfekt rund ist. Das sind die Momente, wo man Clip braucht. Schauen wir es sich nochmal an. Schauen wir hier rein. Hier sehe ich die Wiederholung. Wenn ich von Repeat auf Clip gehe, dann passt das. Genau. Super. Das war wichtig. Da war jetzt viel geschafft von Sachen, die man mit Texturen so machen kann. Es gibt auch noch, um solche Sachen auf Oberflächen zu bringen, gibt es auch noch Deagle-Maschinen. Kostet aber, glaube ich, 40 Euro. Benutze ich gar nicht so häufig, weil diese Sachen oft meistens besser eigentlich funktionieren für sowas. Okay. Das war jetzt einmal die Material-Variante. Und das ist auch eine Variante, die wir zum Schluss gemacht haben, die man wirklich nehmen kann, um für Objekte, die man für Game Engines verwendet, zum Beispiel jetzt für Unreal 5, glaube ich, ist das Aktuelle, kann man das so am besten machen. Man kann jetzt dieses Material eben noch runterbacken. Videos dazu habe ich auch schon gemacht. Ich schaue, dass ich euch das auch nochmal verlinke. Und damit funktioniert das recht gut, weil wir haben jetzt hier ein Material, was wir wirklich gut runterbacken können. Und das würde nachher dann eine Textur ergeben. Und ja, wofür ist das Backen? Naja, macht einiges einfacher und funktioniert dann in Spielen ziemlich gut. Könnten wir auch noch mal was zu machen. Aber das war jetzt dafür absolute Anfänge, hoffentlich. Was ihr davon nicht verstanden habt, schreibt ihr in die Kommentarfunktion. Dann kann ich da im nächsten Video nochmal darauf eingehen. Ich weiß, das ist alles ein bisschen viel. Aber das ist wirklich noch gar nichts. Und irgendwo müssen wir anfangen. Und wenn ihr dann sagt, was ihr davon noch nicht verstanden habt, dann können wir da im nächsten Video ansetzen. Aber irgendwann muss ich das Thema beginnen. Und deswegen habe ich das jetzt immer gemacht. Okay, alles klar, Leute. Mir fällt gerade ein, das hier ist von Transportation Add-On das Auto. Und wie ich dann auch nochmal gesagt habe. Ich habe das Transportation Add-On mir damals gekauft. Und habe jetzt festgestellt, es gibt jetzt vom gleichen Entwickler das City Car Pack. Schauen wir mal kurz noch rein. Ah, das ist eh hier. City Car Pack. Alles, was bei Transportation für Autos dabei sind, sind hier in dem City Car Pack auch dabei. Nur halt keine Flugzeuge oder Boote oder irgendwas anderes. Ziemlich cool. Hier, wie viele Autos sind das? 22 Autos. Da kann man schon mal ein kleines Städtchen mitfüllen. Mit verschiedenen Farben und so. Kann man hier alles machen. Setze ich euch auch nochmal einen Link dafür in die Beschreibung. Finde ich nämlich ziemlich cool. Und das kostet dann irgendwie nur mehr 40 oder 50 Euro. Und dafür hat man halt irgendwie ja 22 Autos drin. Ziemlich coole Sache. Alles klar, Leute. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ja, schreibt es mir, ob das so passt. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.